Und wie schnell ist der Männerwohnheit in das Internet? Sag mal, bis hin zu den zweiten Zolltpepper. Und mit dem Eisbrotest, das läuft jetzt besser. Ey, sag wie geht's euch? Und wie laufen die Geschäfte? Sag, wie geht es euch privat? Und wie läuft's bei euch im Bett? Okay, das war ja schon mal ganz aussordentlich. Aber jetzt brauchen wir ein ganz besonders lautes. Nur von dem Mädel auf der Schulter, bitte. Und jetzt mal die arme Saute, die die ganze Zeit auf den Kurs antreten. Und jetzt alle zusammen, wie geht's euch? Wo sind meine Wachtersausten, Flatrace-Säufer? Und ihre Messkirchen in Kuh, bis die Lager auch nicht mehr fahren können. Wie seht ihr eure Chancen an, wenn ihr beim Aufreißen und die Entwicklung der deutschen Hip-Hop-Szene aufzieht? Ja, das bringt's auf den Punkt. Das bringt's auf den Punkt. Ich muss sagen, heu, 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 heu. Aber jetzt...